Diesen geht es hier, der muss jetzt weg. Siehst du, das filmen sie jetzt auch schon da, die Touristen, und ja, nicht mehr lange ist er da. So, und da ist also die andere, die Zwingli-Statue. Da hat die evangelische Kirche sofort Angst bekommen, wie wir angedroht haben, dass wir den runterholen mit einem Seil. Da gab es Kaffee. Und dann haben wir erzählt da von diesen Kunstprojekten. Hey, hallo, Kunstprojekten, die das schon einmal gemacht haben. Ja, das ist ganz okay. Welcome to the German-speaking part of Europe. Hey, ich fasse jetzt mal für mich zusammen, okay? Der Link zum ganzen zweiten Fest-Dream 19 in der Videobeschreibung. Im Wechsel vom Buchdruck zum Computer kann es nicht möglich sein, dass wir uns koppeln an Parteienpolitik, Universität, massenleitende Medien und Schulen. Die Idee von Rechtsstaat, Demokratie, Föderalismus, Sozialstaat war vor 200 Jahren, okay, jetzt brauchen wir Ansätze, welche universalistisch gelten und für Weltgesellschaft zugänglich sind. Global denken, lokal handeln. Öffentlich, privat, du, das ist auch so eine Unterscheidung, welche zum Problem selber geworden sind. Unterscheidung gelöscht. Es geht einmal mehr darum, den Menschen zu schützen. Aber wie machen wir das am besten? Eben vielleicht nicht so ganz anders. Und der zweite Punkt ist, wir sind agree to disagree. Und der dritte Punkt, Lernen von Elon Musk. Hey, vielen Dank. Vielen Dank auch für die, finde ich natürlich super, hat er die hier absichtlich vergessen, der Pippo. Hey. Nein, das ärgert es. Der Wut. Der selge Zorn. Geht hin, hin. Undruhe.